10 9 Ufos 7 Irre Geschichten Die Eise an der Mauer des Geheimdienstes, CIA Aus dem Weltraum So ein blöder Planet, das hätte ich wirklich nie gemacht 3 Beschreibung eines hochfliegenden Phänomens in drei Kapiteln von Eckehard Kühn 1 Left off Liebe Freunde Im Namen der Galaktischen Union Aller mit Intelligenzen bewohnten Planeten Darf ich Sie einladen zu einer fantastischen Reise Das ist zum Beispiel auch eine auswärtsche Frau hier Diese Außerirdischen kommen aus einer höheren Dimension Sie kommen genauer gesagt aus der fünften Dimension 1. Kapitel auf der Startrampe Ufos sind überall Workshop und Kongress-Tourismus Eine Reportage nicht ganz von dieser Welt Wir sind uns in der geistigen Entwicklung 30 Millionen Jahre voraus Und technisch dreieinhalbtausend Jahre Wollen wir es nicht glauben Sperren wir uns Und wenn es sie nun doch gibt So nette Menschen erzählen davon Alle doof Haben wir vielleicht Schiss Oder flunkern wir ein bisschen Ein bisschen viel Stellen Wissenschaftler die falschen Fragen an die Natur Oder geben Ufologen die falschen Antworten Und wenn nun beide Mist machen Oder wenn sie den Prophet Immanuel Alias Jesus Christus nehmen Da gibt es halt schon einige Bücher Die das bestätigen Wozu ist der Journalist da Zum Fragen und zum Zuhören Auch wenn es weh tut Wir haben im vergangenen Oktober in Frankfurt Eine UFO-Konferenz gemacht Und wir hatten Tag für Tag 45 Reporter Es erschienen auch überall Artikel Aber diese Artikel waren sehr blöde, banale Schmierereien Die also von den Fakten, die da auf den Tisch gelegt wurden Unheimlich wenig enthielten Tief einatmen Dreimal Wir hören einen Workshop in München Im Augenblick sind wir noch unterwegs im All Mental Einmal geht eine Schiebetür auf Und vor uns steht Ein Mann von strahlender Schönheit Groß Schulterlange Haare In einem Overall gekleidet Und hebt die rechte Hand Zur Begröße Ich treffe nun morgen Nacht und übermorgen In vier Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften Unter Mallorca Valery Uvarov vom KGB Ich treffe ihn in Berlin Bekomme dort neue Informationen Über die UFO-Landung in der Asylation Über Kontaktaufnahmen mit Michael Gorbatschow Wir danken ihm Wir verneigen uns vor ihm Wir schweben mit dem Strahl Der hier runter geht wieder auf die Erde Meine Damen und Herren Ich danke Ihnen Also Herr Hesemann Nun bin ich mit Ihnen nach Berlin geflogen Wie geht es nun weiter? Ja, wir werden nun In einen Vortragsraum hier in Berlin fahren Wir erwarten dort die Joweltische Gruppe Unterleitung von Valery Uvarov Auch in den Kampf Hallo an alle Ich kann sagen, dass im Augenblick überaus interessante Dinge in Georgien und im Kaukasus passieren Ich besuche Tiflis mindestens zweimal im Monat Und immer wenn ich dort bin, finde ich viele interessante und wichtige Dinge Wir haben die volle Kontrolle über alles Aber Sie wissen ja, wir haben zu wenig Ausrüstung für alles Unser Komitee in Tiflis ist nicht sehr groß Valery, welche Berufe haben die anderen Mitglieder in Ihrem Komitee? Vor gar nicht langer Zeit hatten wir alle eigene Berufe Ich war Musiker Talis arbeitete im Labor Aber wir haben beschlossen, nur noch in eine Richtung zu gehen Sie haben mit jungen Leuten angefangen Einmal wurden welche zu einem Raumschiff gebracht Diese Raumschiffe erschienen mitten zwischen den Gebäuden in der Stadt Es ist schwer zu erklären, aber nur diese jungen Leute haben die Raumschiffe gesehen Sie wurden dann hinaufgebeamt, also hochgesaugt Wir sammeln alle diese Informationen und vieles mehr Valery, Sie sprachen von Untersuchungen Was heißt das? Zum Beispiel haben Sie mir erzählt, Sie hätten Gegenstände gefunden in einem Zimmer Haben Sie das Material untersuchen lassen? In diesem Jahr haben die UFO-Besatzungen uns verschiedene Objekte gegeben Flüssigkeiten, magnetische Sachen, grüne Pulver, merkwürdige Bekleidung Wir versuchten das mit Hilfe der Akademie der Wissenschaften in Georgien untersuchen zu lassen Aber diese Laboratorien reichen uns nicht aus Deswegen bin ich unterwegs, um Kontakte zu anderen UFO-Forschern zu knüpfen Hier im Westen Gestern sprach ich mit einer Kontaktlerin in Leningrad Diese Frau ist 50 Jahre alt und hatte Kontakt in Leningrad Sie hat schon 10 Jahre Kontakt Und sie beherrscht auch die automatische Schrift Eine extraterrestrische Person näherte sich ihr Und sie haben sogar geheiratet In der Kirche Als sie begann, mich zu informieren, war es sehr interessant für mich Denn sie erklärte viele historische Dinge Sie erklärte das Sonnensystem, dass eben nur zwei Planeten wirklich direkt um die Sonne kreisen Mars und Jupiter, alle anderen nicht Und viele, viele andere wichtige Dinge Rückflug nach München UFO-Kongress Es wurde heftig geflunkert Vier Akademie-Mitglieder und ein KGB-Major Schrumpften in der Westberliner Müsli-Kommune zusammen Zu der Figur des UFO-versessenen Musikus Valery Uvarov Ob wenigstens der Musiker echt ist Aber er ist schon wieder da Diesmal im Tross einer Heldin Einer doppelten Heldin Dialog mit dem Universum Heißt die Veranstaltung Allerdings Nur wenige konnten das Universum auch hören Willkommen im Dolch-Museum Willkommen in München Wir haben eine sehr gute Nachricht Unsere sowjetischen Freunde sind gut angekommen Wie schon angekündigt ist eine vierköpfige sowjetische Gruppe gekommen Geleitet, headed by Frau Marina Popovic Frau Marina Popovic ist doppelte Heldin der Sowjetunion Mitglied der Akademie der Wissenschaften Testpilotin in der sowjetischen Luftwaffe Und werde hier über die UFO-Studien der Akademie berichten Frau Popovic, seit wann sind Sie Mitglied der sowjetischen Akademie der Wissenschaften? Ich bin nicht Mitglied der Akademie Ich bin Mitglied in einem Club der sowjetischen Akademie der Wissenschaften Und zwar schon seit meiner Promotion Wir gehören zu der Assoziation, die sich mit verschiedenen anormalen Erscheinungen befasst Zum Beispiel Telekinese, Telepathie Vor allem untersuchen wir das Phänomen Schneemensch Ich persönlich beschäftige mich vor allem mit Ufologie Liebe Freunde, unsere Wissenschaftler, sehr ernsthafte und wichtige Leute versuchen immer wieder uns auszulachen Aber sie schaffen es nicht Sie überzeugen uns nicht mehr Die Filme, die wir heute hier gesehen haben, sind überzeugende Fakten Dagegen ist nichts zu sagen Wenn man an solchen Kongressen ist, dann hat man eher das Gefühl Die Menschen beschäftigen sich mit Religion statt mit Wissenschaft Wir dürfen die Religion nicht vernachlässigen Das sind alles Bestandteile einer Kette Unser berühmter Künstler, Mathematiker, Physiker, Naturwissenschaftler Rerich Der in Indien lebt Hat gesagt, dass die Fähigkeiten des Menschen praktisch nur zu 10% auf der Erde genutzt sind Wenn wir unsere Fähigkeiten weiterentwickeln können Werden wir auch ins Weltall fliegen können Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in dieser dankbarer Tätigkeit Ich bin bereit, auch Ihre Raumschiffe zu erforschen und auch mitzufliegen Also erforscht weiter Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei Kein Glück mit sowjetischen Ufologen Die Akademie der Marina Popovic Ein Fanclub für Schneemenschen und Außerirdische Leider hat es geregnet Leider war der Film schlecht Nebel Leider war es Nacht So tönte die Begleitmusik zu den Filmvorführungen im Deutschen Museum Ufos sind schwer zu fotografieren Auf akustischer Ebene bringen wir drum den Pressesprecher des Ufo-Fotografen und Kontaktlers Willi Meier mit Rudolf Henke von CENAP zusammen Der Zentralen Erforschungsstelle Außerirdischer Himmelsphänomene Es grenzt schon an Naivität oder an Paranoia Wie groß da diese Leichtgläubigkeit ist Wir haben das selbst einmal im Experiment ausprobiert Es war damals die größte deutsche Ufo-Studiengemeinschaft Wie sie sich nannte Studiert wurde da allerdings nicht Ansässig in Wiesbaden Auch Herausgeber einer größeren Zeitschrift Und wir haben einfach mal Uns einen Fall ausgedacht Ein Kollege von mir hat Eine Nachttischlampe fotografiert Ein anderer hat auf einer Weide Eine Kreisspur Die war entstanden durch ein an einem Flock angebundenes Pferd Was da immer im Kreise herum lief und das Gras abfraß Zu diesen Fotos haben wir eine Story erfunden Und alles zusammen dann an diese Gruppe geschickt Und prompt wurde die Geschichte in der nächsten Ausgabe auf der Titelseite veröffentlicht Es wurde also niemals irgendwelche Recherchen angestellt Niemals wurden wir befragt Das wurde einfach so hingenommen als der Wahrheit letzter Schluss UFO-Sichtung und Landung bei Speyer Exklusiv Ein für die UFO-Forschung spektakuläres Ereignis Fand Mitte Mai 1977 zu nächtlicher Stunde westlich Speyer statt Durch neun Aufnahmen ist das leuchtende Flugobjekt In verschiedenen Größen und Helligkeitsphasen Von grell-weiß mit orange und rötlichem Aura-Rand Und einem Halo gekennzeichnet und brillant festgehalten Zeugen waren hierbei vier Personen Erst drei Wochen später wurde die Landestelle des UFOs genau im Bereich des Sichtungsgeländes entdeckt Von mehreren Personen eingesehen und fotografiert Eine ergänzende Zeichnung illustriert Standort, Gegend und die einzelnen Phasen der Aufnahme Mit der Landung und Flugbahn des Leuchtobjekts Herr Henke, man kriegt ja zum Teil sehr unscharfe Fotos präsentiert Und zum Teil überaus scharfe Bei dem ein dann etwa im Fall des Billy Meyer aus Hinterschmidt-Rüthi erklärt wird Diese Fotos seien alle irgendwo in den USA wissenschaftlich untersucht worden Und garantiert echt Wie entstehen denn dann nun solche Fotos nach ihrer Meinung oder nach ihren Erfahrungen? Zum einen mal einfache Filmfehler Reflektionen und so weiter In den meisten Fällen sind die Fotos gefälscht Das heißt, es wurden irgendwelche Modelle genommen von Radkappen, von Telefonhörerkapseln, von Frisbeescheiben und so weiter Zusammengeklebte Pappfeller, die dann entweder an einem Faden aufgehängt wurden oder in die Luft geworfen wurden Es gibt auch Fotos, die sehr schwer nachbeweisbar sind durch Fotoanalyse Zum Beispiel durch Doppelbelichtungen entstanden Oder aber durch Reflektionen an einer Glasscheibe Es gibt hier also sehr viele Möglichkeiten Als nächstes wäre mal zu sagen, dass Billy Meyer sämtliche Filme Das waren ja ursprünglich Schwarz-Weiß-Bilder Und erst später kamen dann die Farbbilder dazu Und die Schwarz-Weiß-Bilder, die hat er im Fotogeschäft Bär in Vezikon entwickeln lassen Und dieser Herr Bär erklärte dann in einem Interview Ich habe nie etwas Verdächtiges auf dem Schwarz-Weiß-Filmmaterial gesehen, das ich selbst entwickelt habe Ein anderes Bild, was im skandinavischen Raum aufgenommen wurde von einem gewissen Lars Törn Findet sich auch immer wieder in der UFO-Literatur beschrieben Das auch als echt gilt Hat sich schließlich anhand von Vergleichsaufnahmen als Radkappe Das war eine Radkappe von einem Chef Rollet Herr Moosbrugger, wer ist Semjase? Semjase ist eine von diesen plialischen Kontaktpersonen Mit denen Billy schon seit Jahren diese Kontakte unterhält Also ist das eine Frau? Das ist eine Frau und die ist jetzt so um die 330 Jahre alt Und die Pleiadian haben eine mittlere Lebenserwartung von 1000 Jahren Nach ihren Angaben Also ist sie noch eine junge Frau? Richtig Sieht sie auch aus wie eine junge Frau? Richtig Wir haben hier eine Zeichnung Also nach den Angaben von Billy Das ist eigentlich eine relativ eine 0815 Zeichnung So könnte jeder aussehen Keiner typischen Charakterzüge drin Dass sich Frauen lassen sich doch so gerne fotografieren Und diese Semjase so uneitel Nein, nein Die darf sich eben, solange sie hier arbeitet, nicht fotografieren lassen Sehen Sie hier, das ist ein echtes Foto Das ist Asket Mit dieser Frau hatte Billy auch 11 Jahre Kontakte Aber die arbeitet jetzt schon längere Zeit nicht mehr hier auf der Erde Und deshalb durfte er dieses Foto veröffentlichen Und da sehen Sie auch diese langen Ohrleppchen Ja, die sind in der Tat Das heißt unter der langen Mähne kann man es nur vermuten Denn sonderlich scharf ist das Foto nicht Ja gut, da haben Sie recht Weil dieses Foto innerhalb eines Raumschiffes erstellt wurde Und da sind immer irgendwelche Strahlungen vorhanden Die den Film dann beeinträchtigen Ein drittes Bild, das immer wieder veröffentlicht wird Als Beweis, dass UFOs über Regierungsgebäuden und Regierungsanlagen schweben Und die ausspionieren Ist über dem Kapitol ein Bild, wo mehrere Lichtpünktchen zu sehen sind Und es hat sich herausgestellt, dass das eine ganz einfache Linsenreflexion darstellt Von Lampen, die im Vordergrund des Gebäudes zu finden sind Das ist zum Beispiel auch eine außerirdische Frau hier Mit der Strahlpistole Aber mit der Bedingung, dass das Gesicht das mir nicht zeigt Das ist eine außerirdische Frau hier in ihrer Gold-Lamé-Bluse Ja, wie Sie das nennen wollen, ist egal Ja, aber es sieht so aus Also diese Dame hier, die man nur zu einem Drittel und von hinten sieht Dunkelbraune bis schwarze Haare Sagen wir mal Gold-Lamé Weiße Gaspistole mit einem roten Aufsatz Das ist eine Plejadierin Das kann ich jetzt nicht genau sagen Die heißt Alena Woher die stammt, das müsste ich jetzt nachschauen Nun gibt es ja, Herr Henke, im Augenblick ein Phänomen Es wird in der Presse gehandelt Es wird sogar im Fernsehen, in den Nachrichten gehandelt Das waren die berühmten Kreise in den Kornfeldern Englands Wie stellt sich das aus der Sicht von Senab dar? Ja, es waren hier Kollegen von einer anderen befreundeten Gruppe Dort im August Die erste Beobachtung, die die Kollegen gemacht haben Da gibt es einen gewissen Paul Delgado Der da ein Instrument aus der Tasche zog Das also mit Wissenschaft nichts zu tun hatte Sondern schlicht und einfach eine Wünschelrute war Mit der der hier durch die Kreise lief und die auslotete Es wurde behauptet, es gäbe da Molekularstrukturveränderungen Ein wissenschaftlich total unsinniger Ausdruck Denn man müsste ja wissen, welche Moleküle wurden auf welche Weise verändert Also in der bewussten Universität wollte man von dieser Molekularerkenntnis nichts wissen Es hieß nur, es wären Forschungen im Gange Aber von diesen Molekularstrukturveränderungen war nichts bekannt Es gibt ja eigentlich nur zwei Meinungen zum UFO-Thema Zwei Arten von Menschen Die einen sind informiert und die glauben dann Und die anderen sind noch nicht informiert, die haben noch ihre Bedenken Und die dritte Art, das sind die Gegner Das sind zwei Arten von Menschen Die Geheimdienste haben den schönen Begriff Useful Idiot geprägt Nützliche Idioten Die einen werden davon bezahlt, das sind die Debunker Die Astronomen, die Physiker, die in den Medien auftreten als Experten Und dann dagegen reden Und die werden dafür bezahlt, dass sich die Leute einfach für dumm verkaufen Und die anderen sind diejenigen, die einfach deren Phrasen und Propaganda und was auch immer glauben Und diese Menschen würde ich schon mal mit den leninischen Terminus der Useful Idiots titulieren Gehören wir auch dazu? Und stammt das schöne Wort nun von Lenin oder vom CIA? Egal, der Mann hat uns schon die Akademie-Attrappen verkauft Und den Fantasie-KGB Aber die Dame im Goldlammé Eine Außerirdische? Haben auch die Plejadier-Figur Probleme? Also gut, die könnte echt sein Aber die Raketenstation der Schweizer Armee oberhalb des Landeplatzes in Hinterschmid-Rütti Warum sehen die nichts? Schwingt die militärische Elektronik vielleicht in der falschen Dimension? Sieht Elektronik nicht alles? Sieht der Glaube mehr? Ist es überhaupt so neu, was wir glauben sollen? Oder sind es alte Geschichten ein bisschen umfrisiert? Ernten die Ufologen in fremden Gärten In der Bibel bei den New Age-Propheten? Die Türen werden um halb neun geschlossen, damit wir hier im Raumschiff keine kosmischen Dämpfer einatmen brauchen Die Schleusen von unserem Raumschiff werden geschlossen Zweites Kapitel in der Umlaufbahn Treibsätze für höhere Dimensionen Fast ein Hörspiel Liebe Freunde Im Namen der Galaktischen Union Aller mit Intelligenzen bewohnten Planeten Darf ich Sie einladen Zu einer fantastischen Reise Das Ziel unserer heutigen Reise Ist der Planetoid A12 In der Nähe der Saturnbahn Der als planetare Urlaubsinsel Für terrestrische und galaktische Intelligenzen Hervorragend Können wir Ihnen noch etwas servieren? Raumsekt Galaktische Milch UFO-Menschen Und Skeptiker auf einem Ferienflug Aus dem Bordlautsprecher das Programm der Rael-Sekte Des Ex-Journalisten Claude Varyon Die Bibel einmal ufologisch gesehen Ein paar Touristen durchbrechen die Zeitmauer Und wir erfahren etwas über unsere Eltern Zwei Meter über dem Boden Blieb das Objekt in etwa 30 Meter Entfernung Vor Claude Varyon schweben stehen Damit begann das aussergewöhnliche Abenteuer Das Claude Varyon erlebte Und in seinem Buch Die Botschaft der Außerirdischen erzählte Darin berichtet er von seinem seltsamen Treffen Mit einem Menschen von einem anderen Planeten Der ihm eine Botschaft übergab Die für die gesamte Menschheit bestimmt ist Im Hebräischen nennen sie sich Elohim Was so viel wie die, die vom Himmel kommen, bedeutet Meine persönliche Erfahrung Beginnt irgendwo vor einigen Millionen Jahren Vor sich in einigen Millionen Jahren Habe ich irgendwann mal auf einem Planeten erklärt Nun ja, ich würde gerne mal ein anderes Spiel machen Dieses Spiel nennt man Planetare Entwicklungshilfe Oder Ashtar Kommando oder wie auch immer Ich bin dann irgendwann vor drei Millionen Jahren Das erste Mal hier auf die Erde gekommen Habe mir damals angeschaut, was lief Bin dann mal wieder auf meine Heimatplaneten gegangen Bin dann mal wieder auf die Erde gekommen Vor 300.000 Jahren Und habe seitdem mehrfach hier auf der Erde inkarniert Gegenleben weiß ich etwa, seitdem ich vier Jahre alt bin Davon Und habe mich jahrelang beschäftigt mit den Kulturen hier auf der Erde Dann schufen die fähigsten der Schöpfer menschliche Wesen Wie sie selbst nach ihrem Ebenbild Dies wird in Genesis Kapitel 1 Vers 26 unmissverständlich ausgedrückt Lasset uns den Menschen machen Nach unserem Abbild uns gleich Der Planet, von dem sie kamen, erregte sich aber Weil sie künstliche Kinder schufen Die zudem noch zu ihnen kommen Und eine Panik hervorrufen könnten Sie befürchteten, dass diese Kreaturen eine Gefahr für sie darstellen könnten Sollte sich herausstellen, dass ihre Fähigkeiten über denen ihrer Schöpfer lagen Die Wissenschaftler mussten sich verpflichten Sie ganz primitiv leben zu lassen Die Extraterristen haben uns hier auf diesem Planeten gepflanzt Man könnte sagen, um uns zu züchten Das erschreckt mich nicht So wie wir Hühner, Gänse und Vieh behandeln So behandeln sie uns Wir sind ihr Eigentum Geschlossen die Elohim also, einen Botschafter zu senden Dieser Botschafter war Jesus Er war die Frucht der Verbindung eines dieser Elohim namens Jahwe Mit einer Erdenfrau Sie erzählten mir, dass unsere Zivilisation von den Raumbrüdern hierher gebracht wurde Dass wir die Kinder dieser Raumbrüder und Schwestern sind Dann haben alle die Erde wieder verlassen, um andere Planeten zu zivilisieren Aber als die Erde dann leer war Gab es immer noch die Planeten Maldek und Mars, die im Krieg miteinander lagen Als diese beiden Zivilisationen durch den Krieg immer weiter heruntergekommen waren Gingen sie auf die Erde Und wurden hier die Kappmenschen und die Neandertaler Und sie verbanden sich mit den Tieren hier Die Raumbrüder haben dann die genetische Struktur dieser Wesen verbessert Und so sind sie unsere Mütter und Väter geworden Tausende von Menschen haben bereits diese Offenbarung verstanden Und arbeiten unentgeltlich für die Verbreitung dieser frohen Botschaft Und bereiten auf diese Weise die Rückkehr unserer Schöpfer der Elohim vor Während wir mit unserem Raumkleider tiefer und tiefer in den Raum vorstoßen Kommen wir in die Nähe der Datronbahn Nach dem Verlassen des Mondes in der Leere des Raums Wird auch der galaktisch bewusste Mensch auf sich selbst zurückgeworfen Die eigenen Anfänge War man nicht schon immer bestimmt für den Weltraum? War diese Überzeugung nicht die Quelle aller interstellaren Wahrnehmungen? Wieso Wahrnehmungen? Alles fauler Zauber spottet der Mitreisende von Zehen ab Angenehmen Fluch Okay, hier stehe ich heute und gar nicht anders Und schlage meine Thesen an irgendwelchen intergalaktischen Türen Und versuche eben relativ viele Leute Da ist mir etwas eingefallen, was ich auf Rosos erlebt habe Von einem Eremit Damals war ich 17 Jahre alt Dieser Eremit hat mir schon damals etwas erzählt über UFOs Dass er jeden zweiten oder dritten Monat Wenn er ein gewisses Sternsystem sich so hinlegt Er reist im Kosmos Durch die Hiloid Seit meiner frühen Kindheit war ich an UFOs interessiert Ich kann Ihnen sagen Einer meiner ersten Träume, an die ich mich erinnere ging über Raumschiffe UFO-Zusammenstöße Er hatte damals die Möglichkeit, sich in der vierten Dimension zu versetzen Und hat mir damals erzählt Weißt du, es gibt unheimlich viele Planeten Bewohnte Mit schönen Leuten wie wir Herzliche Hochballintelligente Und die haben Maschinen an mir erzählt Die Maschinen sind so schnell wie der Blitz Ich war seit der Kindheit interessiert Ich habe Bilder gemalt über Raumstationen und so Aber gerade im letzten Jahr war plötzlich eine Kraft, die mir sagte Ich muss jetzt diesen Weg gehen Und er hat mir viele Sachen erzählt Ich soll mal keinen Kummer machen Ich bin irgendwie unter eine kosmische Glocke geschützt Es war im Sommer 1988 Nach dem Bewusstsein 88 Kongress Und ich hatte gehört, dass man sich unter den Sternenhimmel stellen soll Und diese Energie der Sterne aufnehmen Und da habe ich mich eines Abends, eines Nachts entschlossen Habe mich auf meinen Balkon gesetzt Und habe ganz lange auf die Sterne geguckt Habe diese Energie aufgenommen Das UFO-Phänomen ist Und das ist ganz, ganz wichtig zu betonen Ein Wahrnehmungsphänomen UFOs sind primär Wahrnehmungen Wir haben es mit Berichten über Wahrnehmungen Ich habe viel Liebe zu den Sternenbrüdern geschickt Und dann hatten sie mir irgendwie eine Freude gemacht Und zischten über meinen Balkon So eine riesige Flügel Ja, Lichtflügel Nun, in etwa, ja, über 60% der Fälle Sind technische, irdische Phänomene Auslöser von UFO-Meldungen Das ist in erster Linie ein Phänomen Das wenig bekannt ist Nämlich ein Miniatur-Heißluftballon Auch Party-Heißluftballon genannt Der auf der Gartenpartys und Silvesterfeiern So weiter steigen gelassen wird Dann natürlich auch Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter 1983 Wir fuhren von Wiesbaden mit der Bahn zum Flughafen Und da sah ich eine runde, rote, blinkende Kugel Silber Und guck da hin und guck wieder hin Und da ist die silberne Kugel weg Aber dafür ein Stern An zweiter Position kommen astronomische Phänomene In erster Linie Meteoriten Aber auch helle Planeten Wie etwa Venus und Jupiter Die Palette der UFO-Stimuli ist fast endlos Das reicht also von Handlampen über Laserstrahlen Ja, wir haben sogar Lichtreflexe auf Stromleitungen Wolken wurden uns schon als UFOs gemeldet Die Palette ist schier unerschöpflich Sogar ein Stück Styropor, das durch die Luft flog Wurde schon als außerirdisches Raumschiff gedeutet Sonst kenn ich dann einen Himmel noch Blauer Himmel noch War so circa 18 Uhr Und dann ging es aus und war nichts mehr zu sehen Weg Das war's Also es ist unglaublich, was alles als UFO gemeldet wird Was nicht identifiziert werden kann Nach Kontakten mit Außerirdischen Habe ich Verwandlungen in mir gespürt Ich habe überirdische Möglichkeiten bei mir entdeckt Ich konnte bei Kontakten mit Mitmenschen Gedanken lesen Ich kann Menschen heilen Ich kann auch mit Hunden und Vögeln sprechen Ich heile die Leute mit den Händen Weil ich habe eine Kupangstraft im mannesischen Feld Soll ich Ihnen was zeigen? Ja So sind meine Hände Die rechts ist die magnetische und die linkische Lechse Die UFO-Religion, wenn ich es mal so bezeichnen darf Ist ja ein zeitgemäßes Phänomen Das heißt, es werden hier religiöse Inhalte der technischen Zeit angepasst Das UFO-Phänomen ist ja auch ein technisches Phänomen Außerirdische Raumschiffe etc. Und das passt natürlich recht gut zu unserer technisch-wissenschaftlichen Zeit Und gerade die Enttäuschung von den großen Konfessionen Und die Hinwendung etwa zu asiatischen Glaubensrichtungen Ist ja schon seit einigen Jahrzehnten zu beobachten Und hat sich jetzt schließlich auch mit dem sogenannten UFO-Kult vermengt Viele können sich halt von unserem Gottesbild, das ja im Wesentlichen ein Transzendentes ist Keine Hoffnung und Hilfe versprechen Sehr viele Menschen in der UFO-Bewegung erhoffen sich hier Handfeste Hilfe von den Außerirdischen, die uns unsere Probleme abnehmen sollen Wir haben es hier also mit recht handfesten Überlegungen zu tun Sozusagen mit den Göttern zum Anfassen Mit leibhaftigen Göttern, mit denen wir uns doch vielleicht besser identifizieren können Als mit irgendwelchen Transzendenten Gottesvorstellungen Nun tauchen natürlich mit allen Reisebegleitern allgemeine Fragen der Reisebegleiter auf Wenn wir jetzt die terranischen Weltbilder der Religionen betrachten So sind das winzige Ausschnitte der kosmischen Religionen Der Blick zum Sternenhimmel stellt uns immer wieder die Frage Sind wir nun allein im Kosmos? Aber wir haben ja das Glück, dass wir Kontakt eben mit diesen Intelligenten in diesem Jahrhundert erstmalig aufgenommen haben Das Glück des Kontakts Warum dürfen es die Reisenden nicht unbeschwert genießen? Wer bringt sie um die Früchte ihrer Weekend-Seminare, ihrer Meditationen? Warum springen nicht auch wir über die Mauer unserer beschränkten Wahrnehmung Hinein ins Wunderland, wo sich alle Widersprüche in Fantasie und Hoffnung auflösen Es kann nur Verschwörung sein, wenn die Wahrheit nicht zu den Sternen dringt Ja, selbst diese einbezogen werden in Intrigen, Desinformation und Verduschung Man hat da schon einige Daten manipuliert Es gibt keine unbewohnten Planeten auf irgendeiner Ebene Irgendwo, gerade alle Planeten leben Denn die Aufgabe des Planeten liegt darin, Leben zu tragen Unsere Kosmonauten haben sich gefürchtet, das, was sie im All erlebt haben, zu erzählen Die Ärzte hätten sich für verrückt erklärt Warum? Weil damals, wie die amerikanischen Astronauten auf den Mond flogen, haben Amateurfunker den Punkt verfolgt, den Wortfunk Und Amateurfunker haben auf Band aufgenommen Hier ist das Gespräch, das sogar in den UFO-Nachrichten veröffentlicht wurde Doch von der NASA für alle Massenmedien gesperrt wurde Die Kontrolle hörte ein Geräusch im Raumschiff Und fragte Was zum Teufel ist los bei euch? Armstrong sagte Oh Himmel, Sie werden es nicht glauben Diese kleinen Dinger sind ja riesig Die sind enorm Was ist denn los mit euch? Was ist das? Wir sind alle da, alle drei Aber eben haben wir einen Besuch gesehen Sie waren schon eine Weile hier, um unsere Fährte zu betrachten Meine Hände zittern, ich kann nicht mehr Was ist mit dem UFO? Die sind am Hintern trat daran abgestellt und beobachten uns Hier hört das Gespräch auf Aber haben Sie das irgendwo in Deutschland in einer großen Zeitung gelesen? Nirgends, nur in den UFO-Nachrichten Im Jahr 1976 hat Jimmy Carter, der amerikanische Präsident, erklärt Ich habe ein UFO beobachtet Von dem Moment an, wo ich dieses Erlebnis gehabt habe Kann mir niemand mehr erklären Die Menschen, die UFO sehen, würden wären Spinner Während der Eisenhower-Trueman-Administration Hatten beide Präsidenten Besuch von Außerirdischen Von guten Außerirdischen Es wurde ihnen Zusammenarbeit angeboten Aber beide lehnten ab Jetzt wissen wir, dass sich die USA mit bösen Extraterristen verbündet haben Es gibt es eben darum eine gewaltige Politik der Geheimhaltung Was wäre, wenn Die Frage, was wäre, wenn Wirklich die Menschen erfahren würden Offiziell erfahren würden Und Außerirdische sind wir Wer hört dann noch Auf den alten Herren in Rom Der den Apothekern verbieten will, dass sie Kondome verkaufen Wer hört dann noch Auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten Wer kauft dann noch sein Öl für 1.35 Mark Wenn es zum Beispiel auch Dinge im Angebot gibt Technologien, die leicht viel einfacher Von den Staaten gehen Gott sei Dank haben sie später Gorbatschow und Reagan für die guten Außerirdischen entschieden Die sagten ihnen dann Ihr müsst aufpassen Zwischen euch und der Sonne kommt ein Planet auf euch zu Der nichts Gutes entschieden wird Es gibt drei Namen für diesen Planeten Wurmholtz Niburno Aber auch Marduk Das also, was unsere Astronomen nicht sehen Das sind diese neuronalen Netzwerke Solarer und Intragalaktrischer Dimensionen Deren Wirkungsweise In Reinkarnationsreisen Erlebt werden können Wir können jedenfalls feststellen Dass wir die unmittelbare persönliche Erfahrung Machen können Unsere psychischen Innenwelten In unmittelbare Erfahrung Mit den kosmischen großen Dimensionen Kosmische Dimensionen in der psychischen Innenwelt Wie denn? Tragen wir die UFOs vielleicht in uns? Jeder sein eigenes? Sollen wir flüchten? Oder uns erlösen lassen? Alle Möglichkeiten sind in uns Sagt die Bord-Psychologe Man muss sich allerdings eben fragen Wie kommt es zu dieser Häufung dieser Phänomene? Und was ist die kollektive Ausnahme dieser Phänomene? Und welche Sehnsucht ist darin repräsentiert? Also meine persönliche Meinung ist die Dass es durchaus diese Objekte geben kann An denen wir dann sagen wir mal Mythische Bilder festmachen Das heißt also dieses Objekt stark Mit mythologischen Projektionen Und damit eine ganz andere Wertigkeit bekommt Also Jenseitsfantasien oder Erlösungsfantasien Oder auch Gottesbilder Jetzt in so einer religiösen Erfahrung Also das könnte sein Ich kann es nicht überprüfen Es kann auch durchaus nicht sein Also zum Beispiel auf etwas Was sozusagen eine Projektion stattfindet Obwohl kein Objekt da ist Es stehen generell im Erdorbit Einige Millionen Schiffe zur Verfügung Generell in der Milchstraße 30 Millionen Stück Das bedeutet Man kann eine ganze Menge Menschen evakuieren In die großen Mutter- oder Trägerschiffe Eben passen noch viel mehr Nachdem Prophezeiungen die bestehen Wird etwa ein Drittel der Erdenmenschen Evakuiert werden wollen Viele Christenkonservative werden sagen Satan Versuchung Da oben fängt die Hölle an Gott gewahre Oder andere werden sagen Ich habe ein Leben lang Brieffragen gesammelt Ich darf die Briefmarken nicht mitnehmen Wie sieht die Welt aus? Die Auslehrer dürfen mitgenommen werden Oskar ist ja in Kontakt mit verschiedenen Außerirdischen Regelmäßig Und er schrieb mir Am 6.06.1990 Habe sich ein Außerirdischer namens Quentin In holographischer Form Also dreidimensional In sein Wohnzimmer projiziert Uff, habe ich gedacht Ich hätte den Schock meines Lebens gekriegt Aber Oskar ist sowas schon gewöhnt Und dieser Quentin Hat ihm Eine Botschaft gegeben Die Botschaft lautet Dass das Vereinigte Deutschland Nicht nur auf wirtschaftlichem und auf politischem Gebiet In Europa führend sein wird Sondern dass es eine spirituelle Renaissance erleben wird Wie wir es jetzt noch überhaupt nicht für möglich halten werden Das Vereinte Deutschland wird der Weltlehrer Für moralische, seelische und spirituelle Dinge werden Dies ist seine Botschaft Wir müssen daran denken Dass die UFOs eine spirituelle Kraft sind Die wir selber geschaffen haben Auch die Kornfelder sind eine spirituelle Botschaft Die Außerirdischen werden von uns selbst geschaffen Es gibt nichts in der Welt über uns Das wir nicht selbst geschaffen hätten Wir steigen wieder ein In unseren Raumgleiter Machen einen Wandensprung an Zeit Und landen Und wieder Wohlbehalten Auf unseren Wippen Und wieder